Ich lerne Deutsch. Nummer 14457 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich muss deinen Blutdruck messen, um mir ein genaueres Bild von deinem Gesundheitszustand zu machen. Ich muss deinen Blutdruck messen, um mir ein genaueres Bild von deinem Gesundheitszustand zu machen. Ich muss den Blutdruck messen, um mir ein genaueres Bild von deinem Gesundheitszustand zu machen. Die Fähigkeit, Probleme zu lösen, ist eine wesentliche Kompetenz im Berufsleben. Die Fähigkeit, Probleme zu lösen, ist eine wesentliche Kompetenz im Berufsleben. Der Prozess der Zellveränderung in diesem Experiment ist umkehrbar, was es den Wissenschaftlern ermöglicht, die Zellen in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Der Prozess der Zellveränderung in diesem Experiment ist umkehrbar, was es den Wissenschaftlern ermöglicht, die Zellen in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Die Zellen können in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Das Fotomodell repräsentiert nicht nur Mode, sondern auch eine starke Persönlichkeit. Das Fotomodell repräsentiert nicht nur Mode, sondern auch eine starke Persönlichkeit. Das Fotomodell repräsentiert nicht nur Mode, sondern auch eine starke Persönlichkeit. Ihr Ehrgeiz ist ansteckend und motiviert das ganze Team, härter zu arbeiten. Ihr Ehrgeiz ist ansteckend und motiviert das ganze Team, härter zu arbeiten. Betont, dass Ihr Ehrgeiz auch bei den Teammitgliedern einen höheren Einsatz hervorruft. Der Psychologe hat sich einfach hingesetzt und mir komische Bilder gezeigt. Warmes Wasser und ein sauberes Handtuch reichen für die Morgenwäsche aus. Diese sanfte Reinigung lässt die Hautbarriere intakt und beugt so Hautproblemen vor. Warmes Wasser und ein sauberes Handtuch reichen für die Morgenwäsche aus. Warmes Wasser und ein sauberes Handtuch reichen für die Morgenwäsche aus. Diese sanfte Reinigung lässt die Hautbarriere intakt und beugt so Hautproblemen vor. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.